Karriere und ausgewogenes Familienleben passen nicht in einen Satz, von wegen. Sturm der Liebe Hauptdarsteller Florian Frohwein zeigt uns jetzt mit seinem neuesten Instagram-Posting, dass sich bei ihm Job und Familie die Waage halten. Seit September 2019 ist er als Tim Degen der unangefochtene Traummann der 16. Staffel. Während er für den Seriendreh in Bayern weilt, warten Frau Sabrina und ihr gemeinsamer Sohn in Köln. Eine Fanbeziehung, die nicht immer einfach ist. Gerade deshalb geht es für den 31-Jährigen auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit zurück in die Heimat. So auch jetzt wieder, wie sein neuestes Instagram-Posting beweist. Der Schauspieler nimmt seine Fangemeinde mit ins Rheinland und teilt einen Schnappschuss mit seinem Lieblingstrio aus der Natur. Florian, der kleine Frohwein und der Hund. Na nun? Gehört seine Frau Sabrina etwa nicht zu seinen Lieblingsweggefährten? Die Auflösung ist vermutlich ganz einfach. Irgendjemand muss ja das Foto des Dreiergeschwanz geschossen haben. Zu dem Foto schreibt der Serienstar, die Menschen in unserem Leben sind nicht ohne Grund da. Wir sind hier, um voneinander zu lernen. Was für eine berührende Liebeserklärung an Ehefrau Sabrina und seinen Sohn. Ja, Familie hat für Florian eben oberste Priorität. Auch wenn seine Liebsten hunderte Kilometer von ihm getrennt sind, wird er stets ein Auge auf sie haben.